Aufgabe 18. Auf einem Teich befinden sich zu Beobachtungsbeginn drei Seerosen. Die Anzahl der Seerosen verdoppelt sich wöchentlich. So, jetzt haben wir wieder so eine E-Funktion oder Exponentialfunktion. Woran erkenne ich das schon wieder? Weil sich da wieder jede Woche etwas verdoppelt. Das ist für mich schon wieder ein Zeichen von exponentielles Wachstum. So, jetzt sollen wir in Aufgabe A stelle eine geeignete Funktionsgleichung zum oben aufgeführten Sachverhalt auf. Also Aufgabe A. Wir haben jetzt wieder so einen Anfangsbestand, nämlich hier steht es, von drei Seerosen. Das heißt, erinnert euch nochmal an die allgemeine Gleichung. Ich schreibe es hier nochmal in f von x gleich c mal auch x. c war der Anfangsbestand, also 3 mal. Und was ist jetzt unser A? So, es verdoppelt sich wöchentlich. Das heißt, wenn ich eine Verdopplung habe, also A war ja zum einen, A ist gleich 1 plus p durch 100. So, wenn ich das jetzt mit dieser Gleichung versuche aufzurechnen, also 1 plus, was ist denn verdoppeln? Also 100% Wachstum ist eine Verdopplung. Warum? Weil wenn ich heute 1 habe und 100% kommt dazu, habe ich morgen 2. Also dann würde ich hier 100 durch 100 nehmen und dann kommt auch hier nämlich 2 heraus. Oder merkt euch, eine Verdopplung ist Wachstum von 2, eine Verdreifachung ist Wachstum von 3. So kann man sich das sonst auch merken. Also 3 mal 2 hoch x. Und somit habe ich Aufgabe A schon direkt gelöst. Dann B. Also wie viele Seerosen befinden sich nach 5 Wochen auf der Oberfläche des Teiches? Also wir wollen jetzt den Zeitpunkt x nach 5, also x gleich 5 rausbekommen. Also f von 5 ist dann gleich, jetzt setzen wir ein, 3 mal 2 hoch 5. Das heißt, wir kriegen heraus, im Taschenrechner eingeben, 96. Jetzt könnt ihr einen Antwortsatz schreiben. Also nach 5 Wochen, nach 5 Wochen befinden sich, befinden sich 96 Rosen. Und ich nehme immer einfach die Frage und schreibe sie halb ab. 96 Rosen auf der Oberfläche, auf der Oberfläche des Teichs. Okay, Aufgabe B gelöst, jetzt noch C. Aufgabe C, wie viele Seerosen passen theoretisch auf die Oberfläche des Teiches? Und jetzt noch der Satz davor. Die Größe einer Seerose beträgt durchschnittlich 25 Quadratzentimeter. Der Teich hat eine Größe von 50. Also ich stelle gerade fest, wir haben jetzt hier eine komplett neue Aufgabe. Also nicht verwirren lassen. Sondern wir müssen jetzt gucken, okay, eine Rose 25 Quadratzentimeter, der Teich 50. Also 50 Quadratmeter. Und damit ich das miteinander ins Verhältnis setzen kann, muss ich jetzt erstmal das in die gleiche Einheit bringen. Also Seerose, ich schreibe mal Seerose, hat 25 Quadratzentimeter. Dann möchte ich jetzt den Teich ebenfalls auf diese Quadratzentimeter bekommen. Jetzt muss man halt wissen, wie kriege ich denn Quadratmeter auf Quadratzentimeter? Oh, jetzt muss man halt wissen. Also ich mache mal so eine kleine Tabelle. Also von Meter, ich mache mal hier die Quadratmeter hin, auf jetzt zum Beispiel Dezimeter zu kommen. Das wäre die nächste Einheit. Also Quadrat, Dezimeter. Da habe ich den Faktor 100. Und um dann auf die Zentimeterquadrat zu kommen, habe ich wieder den Faktor 100. Das muss man sich merken. Bei Quadrat ist es immer Faktor 100 auf die nächste Einheit. Wenn das jetzt kein Quadrat gewesen wäre, sondern nur Meter, Zentimeter, wäre es immer Faktor 10 gewesen. So, das heißt, 100 und dann wieder 100, das ist der Faktor. Also in Summe muss ich 100 mal 100 hier rechnen. Und dann kriege ich raus, dass der Faktor hier 10.000 ist. Wow. Das heißt, mal 10.000 ergibt die Quadratzentimeterzahl für den Teich. Also 50 mal 10.000. Und dann haben wir das Ganze nämlich in Quadratzentimetern. So, das können wir ausrechnen. 10.000 mal 50 sind dann nämlich 50.000 Quadratzentimeter. Also wenn ich jetzt wissen will, wie viele Seerosen da drauf passen, dann teile ich das durcheinander. Also nicht durcheinander, sondern durch. Also ich rechne 50.000 geteilt, oder ich mache es so, geteilt, whoops, nicht doppelt gemoppelt, also geteilt durch 25. Und dann weiß ich die Anzahl der Rosen. Machen wir das doch mal. Also 50.000 durch 25 ist dann nämlich gleich. Also 2.000 Seerosen passen auf den Teich, auf die Oberfläche. Also Antwort, es passen 2.000 Seerosen auf die Oberfläche des Teichs. Und dann habt ihr auch Aufgabe C noch gelöst. Habt die ganze Aufgabe gelöst und seid fertig. Und seid nicht darauf reingefallen, dass man jetzt versucht, immer noch mit Aufgabe A und B auch Aufgabe C zu lösen, sondern eigentlich hier nicht nur eigentlich eine komplett neue Aufgabe haben.